moin leute herzlich willkommen auf diesem neuen youtube kanal ich mache diesen kanal einfach so als spaß mit meinem freund ich bin max übrigens und das ist aron wir werden auf diesem kanal bolsters videos und streams machen in den videos und in den streams werden wir challenges machen manchmal mega box openings events wo man zum beispiel google play oder apple karten gewinnen kann und wir haben heute auch eine verlosung hier zum start des kanals am start wo man ein paar sachen gewinnen kann dazu aber später mehr ja wir sind hier gerade in bolsters am start mit maisie und mit ihm wenn jetzt ein paar runden in du schon machen ja tut gerne diesen kanal auch abonnieren und ein like auf dem video da lassen weil ihr dann vielleicht was gewinnen könnt aber dazu später mehr gerne auch weiterhin dranbleiben in diesem video ja die könnte ja wir haben wir haben auch übrigen zum glückssachen wenn es gibt so eine sache so ja dann wird das gewinnspiel schneller ausgelost ja dann werden wir auch gleich gehen ja perfekt bleibt dann bleibt dann bis ich mich freuen bleibt dann bis ich mich freuen ihr könnt auch gerne unseren äh disco server join der uns in der wiederholung auf unsere mauen ist ja warte mal bis ich komm wieder mal jetzt eine runde in du schon dann ja genau hier ist eben die ähm wo OR D D A D A Alpha Da D D D Ich nehm dann, ähm, einen anderen Wohl. Ich nehm mal Mac. Ja, Mac, du hast Mac genommen. Ich weiß nicht, ob ich die Kommentare habe. Ich weiß nicht, ob ich das sehen kann. Ich weiß nicht, ob ich die Kommentare habe. 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 Okay, Leute, ich checke jetzt mal das Glücksrad. Und dann könnt ihr auch was gewinnen dann noch. Ja, also wir sehen uns beim Glücksrad. Also Leute, hier, das ist einmal das Glücksrad. Ich kann zum Beispiel Takis Blue gewinnen. Also diese Takis da aus Amerika. Dann eine Discord VIP-Rolle. Einen Rang 20 Push. Ein 1 vs. 1 im Livestream gegen Aaron. Fingersleeves von Uncle Moor. Video Action. Livestream Rate. Einen Rang 15 Push. Eine Autogrammkarte. Und ein 1 vs. 1 im Livestream gegen Max. Wir können auch jetzt einmal drehen. Ja, wir drehen jetzt einmal. Und das, wir machen jetzt auch eine Verlosung. Man kann zweimal, also einmal eine Apple-Karte 10 Euro gewinnen. Und einmal eine Google-Karte 10 Euro. Und einmal Discord VIP-Rolle. Und dann noch hier das, was jetzt am Glücksrad kommt. Also wir drehen jetzt einmal. Und das wird dann auch verlost. Okay, einmal Video Action. Im Livestream. Das ist, wir werden bald live gehen. Wenn wir die 50 Abonnenten haben. Dann werden wir live gehen. Und dann werden wir das machen. Jetzt, um mitzumachen bei der Verlosung. Auf jeden Fall, ganz wichtig. Diesen Kanal abonnieren. Ein Like da lassen. Gerne auch mit Freunden teilen. Und einen Kommentar da lassen. Und wenn wir die 50 Abonnenten geknackt haben. Also, dass wir live gehen können. Dann werden wir das auflösen im Livestream. Also, könnt ihr live mit dabei sein. Und das wird dann, das kriegt ihr dann. Also, ja. Das werden wir euch dann schicken über Discord. Die Karten, wenn ihr eine Karte gewinnt. Dann VIP-Rolle auch über Discord. Und Video Action würden wir dann im Video machen. Dann müsstet ihr uns dann den Link schicken. Also, das war es dann auch mit dem ersten Video. Gerne ein Like und Abo da lassen. Um an Gewinnspielen teilzunehmen. Kommentar da lassen gerne. Ja. Und dann, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.